eigentlich ist der nasdaq der index der die besten die schärfsten die bewegungsstärksten die hoffnungsvollsten titel hält in amerika die ganz großen player im markt und genau derjenige war es der so stark nach oben gegangen ist und damit alle mitgezogen hat allerdings ist das auch der index der jetzt im kurzen bild zumindest mal vorsichtig noch nicht zwingend im großen aber für das nachmittagsupdate wahrscheinlich am meisten enttäuscht warum das ganze da sieht man ganz gut auf dem fünfminuten chart oder im vier stunden chart ich habe ich manchmal erst in vier stunden chart ein bisschen größer wir hatten hier mal blau eingezeichnet wie ich das hübsch fände so in der richtung könnte ich mir das vorstellen das haben wir vor ein paar tagen gezeichnet als wir gesagt haben naja da ist der kurs ja irgendwo angekommen in einem tief geben wir noch mal hier kurz tagesebene hier da war das dieses tief über das wir mehrmals schon gesprochen haben wo eine chance besteht für den dreh und dementsprechend die hoffnungsvolle erwartung wenn er jetzt mit schwung mit werfe hier sozusagen nach oben abprallt dann ist das eine wunderschöne geschichte korrektiv und dann können wir da schön die nächste long richtung handeln jahresend rallye willkommen tatsächlich wäre das gar nicht so schlecht gewesen wenn wir jetzt mal angucken was hat der markt uns aber geboten dann sehen wir das sieht schon ziemlich harmlos hier aus und jetzt wechseln wir mal und schauen uns diesen bereich hier an im fünf minuten chart geht auch natürlich 15 minuten aber irgendwie was kürzerfristiges und dann sehen wir auch also hier war dieser tiefpunkt allerdings sehen wir dass dieser aufwärtsbewegung maximal mühsam ist noch mal richtig hier so halbwegs also maximal mühsam das ganze was wir hier sehen und nicht wirklich erbaulich was die aufwärtsrichtung angeht warum nicht wird jetzt der ein oder andere fragen es geht doch hoch was willst du denn was maulst du denn immer wir sind doch von den tiefs immerhin wenn man das mal hier so vergleich bis zum aktuellen niveau schon wieder zwei prozent gestiegen das ist doch gar nicht so schlecht ja aber wir wissen der ton macht die musik und da sehen wir dass der markt hasenfüßig ist warum es gibt anstiege aber gegenbewegung 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 die sind alle auch relativ schnell diese gegenbewegung das ist punkt eins aber sie sind eben auch massiv überschneidend das was wir hier sehen in dieser bewegung das sieht korrektiv aus und klassischerweise ist eine korrektivbewegung eine gegenbewegung wenn jetzt die korrektivbewegung aufwärts ist lässt es vermuten dass die hauptbewegung abwärts ist insbesondere wenn sie vor dieser korrektur relativ stark war na gut das können wir uns ja mal angucken was hatten wir denn vor dieser korrektur schauen wir uns das noch mal an und dann sehen wir ich mache mal hier meine fantasie oder meine wunschzeichnung weg die hätte ich gerne gehabt wenn ich wirklich kaufen soll aber da sehen wir irgendwie sind wir noch ganz schön stark auf der abwärtsseite unterwegs ich traue dem braten ehrlich gesagt noch nicht das ist nicht ein beweis dass das jetzt gar nicht passieren kann im sinne dann kann er ja nicht hochgehen natürlich kann er hoch gehen viele kennen das szenario leading diagonal das ist dann sieht aus wie eine korrektur und anschließend geht der kurs nach oben statistisch gesehen kommen diese leadings allerdings nicht mal 15 prozent nicht mal 15 prozent der fälle vor weshalb ich zumindest standardmäßig nicht davon ausgehe dass das passiert allerdings da lernen wir auch wieder was draus es kann natürlich passieren also wenn der kurs dann morgen oder die tage irgendwo da oben steht dann war das im nachhinein gesprochen ein leading und wir haben die bewegung verpasst das führt häufig zu ärger von marktteilnehmern die dann sagen ja guck dann verpasse ich die bewegung aber es ist halt nicht super sinnvoll zu sagen das kommt ganz selten vor und da setze ich jetzt eine menge geld rein man kann das ausprobieren man kann natürlich darauf hoffen allerdings sollte das dann ähnlich wie beim glücksspiel sein denn die wahrscheinlichkeiten sind schlechter als ein 6er zu würfeln also ihr würdet normalerweise ja auch nicht ankommen ach komm ich mach mal das nächste mal richtig viel geld da drauf wird bestimmt ein 6er da würde jeder sagen was weiß ich das wirklich das macht doch nicht viel sinn das ist hier ähnlich also ausschließen können wir diese bewegung nicht sie ist möglich sie kommt auch vor aber sie ist statistisch bei dieser vorgeschichte so selten dass ich für uns zumindest mal seht das wie ihr das wollt keine long position hier im moment starten möchte was dieses ding hier angeht das macht mich so ein bisschen das erdet mich weniger bullisch was ich hier angucke auf tagesebene bin ich eigentlich auf der suche mensch da müsste doch was gehen ja und dann machen die marktteilnehmer so was also da versauen sie es gerade mit mir gut in zweifelsfall können die gut auch ohne mich trotz alledem das begeistert mich nicht gut genug um hier auf der großen ebene einzusteigen es ist möglich wer sagt komm das wagnis gehe ich ein wenn es denn läuft läuft es ja weit ja das kann man argumentieren dann denkt aber dran wir hatten vor kurzem eine ähnliche situation beim s&p auch eine ähnliche argumentation was die was die wende und die chancen nach oben angeht allerdings waren dort die eintrittswahrscheinlichkeiten sogar noch höher als bei diesem verhaltensmuster und es hat trotzdem nicht funktioniert na gut also nur dass ihr das einschätzen könnt ihr denkt immer dran dass höre ich immer wieder raus dass viele das missinterpretieren so von wegen ja wieso wenn du doch hier jetzt irgendwie was sagst dann musst du doch wissen was die zukunft macht nein nein ich bin charttechniker ich kann nicht die zukunft her sagen was ich sagen kann ist was typischer ist und was weniger typisch ist und das ist dann die höchste form was man als charttechniker eben kann ja wie wie setze ich denn da meine orders entsprechend also für die long seite kommen im moment orders eigentlich für mich gar nicht in frage es wäre eine überlegung für die short seite eine order zu setzen wenn wir das tief was wir hier am 30 oktober in den nachmittag späten nachmittagsstunden hatten 17 uhr 16 uhr europäische zeit irgendwie sowas in der richtung diese tiefs hier das war waren die letzten beiden hochs hier wobei man streng genommen das hier dann wäre sogar vielleicht dass die marke aber ich denke mal man könnte sogar das hier versuchen wenn der markt da entsprechend durchgeht wir sehen allerdings auch dass das was rechts von diesen hoch passiert ist noch nicht wirklich dazu verleitet für die short seite der teil schon wäre er wackelig hoch gekommen wäre ich super begeistert für die short seite dann hätten wir nämlich im kleinen short und wir hätten im großen short und das würde doppelt für die abwärtsseite sprechen das haben wir aber nicht denn wir sind zwar steil nach unten gelaufen der teil war super aber wir sind eben nicht wackelig nach oben das heißt die marktteilnehmer haben alle noch keine ahnung was sie machen wollen und deshalb wird hier in beide richtungen mal schnell mal mit einer dynamik und der der schub hier dann ausgelöst ja aber wenn der markt so ist ich halte mich dann gerne zurück na gut macht wie ihr wollt aber behaltet im hinterkopf dass dieses szenario tendenziell nicht das beste ist für long einstieg wenn ihr es trotzdem wagt das kann man tun mit dem hintergedanken chance risiko verhältnis wenn das wirklich das tief hier ist ist relativ groß aber rechnet eben damit dass das auch in die hose geht also bitte nicht all in das wisst ihr sollte man nie machen aber gerade auch in dieser situation erst recht nicht na gut also insofern ein bisschen mit angezogener handbremse beim nasdaq obwohl ich sagen muss dass viele einzeltitel die wir uns angeguckt haben auch gerade unter diesen gesichtspunkten durchaus long szenarien erlauben auch große sind darunter wenn ich das richtig im kopf habe amazon nähert sich einer situation die für einen long möglicherweise geeignet ist auch ein großer player dann apple die sind alle noch nicht auf kaufen die sind aber auf so langsam aber sicher mal vorbereiten und wir wissen wenn die wirklich dann auf kaufen springen oder eben diese trigger auslösen ja dann wird das natürlich auch den gesamtmarkt erst mal den nasdaq und nachher dann den gesamtmarkt mit dem s&p dann entsprechend mit ziehen ja s&p ist das richtige stichwort wie sieht es da aus immer noch das thema hier die unterstützung immer noch hier der bereich hier und wenn ich mir das angucke dann gefällt mir das was wir hier anstiegsseitig haben fast schon besser als beim nasdaq wobei man dazu sagen muss auch hier haben wir ganz schön viel mit rücksetzern die ganz schön überschneidend sind also endgeil kennt man noch anders insofern bin ich da auch mäßig begeistert muss ich ganz ehrlich sagen was das angeht hier jetzt auf eine richtung zu gehen jetzt allerdings hier massiv schon auf short zu wechseln weiß nicht das ist so eine klassische ich habe es ja häufig erzählt wenn wir an diese marken kommen das sind entscheidungsmarken da muss sich der mark entscheiden was er will aber wenn der markt sich noch entscheiden muss wieso sollte ich mich dann vor dem markt entscheiden und dann machen die am ende was ganz anderes und dann bin ich der mit dem langen gesicht nee also das wollen wir nicht dementsprechend für mich ist da noch ab warten angesagt also man sieht hier noch nicht irgendwie was was mich persönlich zumindest mal begeistert ich halte die füße aktuell noch mal still aber hier geht es jetzt darum ob wirklich jetzt der bullenmarkt wiederkommt ob wir vielleicht tatsächlich jetzt die jahresendrallye dann langsam aber sicher mal bekommen der doofe oktober ist auch rum in amerika ist häufig der oktober noch mal nicht so ein toller das hatten wir ja tatsächlich auch erlebt na gut also dann haben wir doch den jetzt hinter uns so gut wie dann kann es doch jetzt im november vielleicht ja in der tat saisonalität würde dafür sprechen die unterstützung würde dafür sprechen wir die einzelaktien situationen die ich eben angesprochen hatte würde durchaus das auch erlauben jetzt müssen sie es nur noch machen ja noch sehe ich es nicht aber die chance für die long seite die ist nicht so schlecht zumindest dass es ein bisschen erstmal hoch geht ob das dann wirklich zu neuen jahres und später altzeiten hoch führt das bleibt noch abzuwarten die chance dafür ist aber da ich habe die zeichnung ja mehrmals gebracht irgendwie sowas hier vorne eine seitwärts korrektur hier eine scharfe korrektur und dann jetzt hier nochmal sozusagen die letzte bewegung erstmal hoch denkbar wäre das und würde uns eine gute ausgangssituation geben die ich noch nicht erkennen kann aber wie gesagt wer als erstes da reinsteigen möchte und sagt ich mach mal und wenn ich pech habe fliege ich halt raus aber wenn es gut geht habe ich recht viel das kann man natürlich tun wer diesen handelsstil pflegen will wie sieht es beim dow jones aus gucken wir da auch noch mal drauf der dow jones ebenfalls in der unterstützungszone also das ist bei allen mehr oder weniger gleich dass hier jetzt so ein bisschen mal geguckt werden kann reicht das schon ist es schon von den größenverhältnissen da haben wir bei allen drei amerikanischen indizes im ungefährigen jetzt ich mache es noch mal groß hier auf tages eben ihr könnt ihr immer noch mal auf stop drücken wenn ihr die zahlen hier genau ablesen wollt aber so ich sage mal ganz roundabout 32.500 600 irgendwie sowas in der richtung das wäre zumindest mal für eine unterstützung geeignet wenn die dann nicht hält dann wird es dann tatsächlich die eigentlich würde ich die bevorzugen manch einer erinnert sich hast du nicht mal eigentlich die hier angegeben ja also das wäre eigentlich die im sinne von korrektur korrektur und jetzt noch mal impuls runter sieht es aber schon halbwegs wie impulsiv aus mit überschneidung also vielleicht ein ending die variante ist jetzt gibt es hier eine a b c und dann gibt es da hinten noch mal so etwas und dann ist das vorne impulsiv hinten impulsiv und insgesamt damit ein zigzag und damit ist insgesamt diese bewegung ein so genanntes double sideways kommt nicht so super selten vor als dass es das nicht sein kann also das ist noch nicht vom eis aber ihr seht selbst wenn ich diese marke noch im hinterkopf habe die ich mal angegeben habe es ist keine garantie dass sie erreicht wird aber ich kann jetzt nicht sagen nee ist völliger quatsch die kommt nicht mehr dafür ist dieses szenario viel zu häufig aber selbst wenn ich dieses szenario habe würde ich bei dieser anfangsgeschichte locker eine gegenbewegung hier erstmal nach oben erlauben das heißt also das wäre auch nicht beißend weil häufig das ist ja aber mal sagst du long mal sagst du short ja gut ich bin ein händler ich versuche natürlich immer das gerade mitzunehmen was en vogue ist das ist keine frage und jetzt hier an so einer unterstützung wenn der kurs hier abprallt und insbesondere dann impulse nach oben hier macht und das macht der dow jones im moment am schönsten guckt euch das mal hier im vier stunden chart an oder fünf minuten oder was weiß ich was also die bewegung die wir hier haben wenn wir jetzt hier irgendwie so eine abc oder anders wackelige bekommen dann bin ich hier gerne gewillt hier auf die long seite zu gehen und wer jetzt irritiert ist eben rede ich noch von der 31.000 oder 31.500 also das tief hier von märz eben und jetzt rede ich hier von long naja nicht immer wird es auf direkten wege angesteuert und wenn ich hier so eine bewegung habe ist das für einen zwischen long natürlich absolut in ordnung nichtsdestotrotz auch diese zwischen long bewegung gilt nicht generell die chance dass das später noch passiert oder vielleicht sogar noch drei deutlich dramatischeres mit noch viel tieferer abwärts bewegung aber über die müssen wir heute noch nicht sprechen also nicht irritiert sein dadurch dass es mal nach oben geht auch in einer abwärts bewegung kann es nach oben gehen wer sich nicht mehr erinnert schaut sich die bewegung an die wir von 21 dezember bis oktober 22 hatten ganz klare abwärts bewegung auch hier gibt es immer wieder hübsche gegenbewegungen mal trotz alledem im abwärts trend also da regt euch nicht auf wenn der kurs mal so ein anstieg macht und ob er dann tatsächlich darunter geht was ich mir vorstellen kann oder ob er hier weitergeht das können wir leider erst hier entscheiden ist aber für uns ja egal denn wenn wir vorläufig die long seite gar nicht so unattraktiv finden ja dann kann ich ja irgendwo hier ein einstieg suchen und dann kann ich mir hier gedanken machen ob ich gewinne mitnehme oder entsprechend nicht diese marke ist jetzt nicht penibel genau die könnte zwischen 34.000 sein 35 vielleicht ein bisschen hoch aber 34.000 34.500 das würde mich jetzt überhaupt nicht wundern wenn das passiert so für unsere intraday freunde achtet mal darauf dass wir vielleicht hier so was haben wie 1 2 3 4 5 hier hinten sieht man wunderschön den fünf wähler hier ist natürlich immer noch mal so ein bisschen am anfang des handels hier ist dann teilweise das ein bisschen länger wegen nachthandel gewesen also da nicht ärgern das ist dann manchmal ein bisschen da ist es aber länger ja das liegt häufig am nachthandel ein rücksetzer würde mich jetzt nicht wundern wenn der nach dieser geschichte noch nicht fertig ist sondern wenn er noch eine stufe weiter geht und dafür erkennt das prozedere ihr messt einfach den tiefsten kurs ihr messt den höchsten kurs und dann ist die erwartungshaltung dass er da rein läuft und wie immer gilt aber da war er doch schon ja aber nicht korrektiv was war noch mal korrektiv korrektiv ist entweder drei wellig so zum beispiel ja das kann also dann so irgendwie aussehen das kommt jetzt noch mal ein bisschen hoch im laufe des nachmittags also muss jetzt nicht exakt so lang sein wie ich es jetzt gezeichnet habe das wäre etwas was durchaus machbar ist da wir hier erst eine bewegung haben ist meine vermutung was auch immer hier passiert ist pause und anschließend geht es danach noch mal runter orientierung ist das so haben wir auch als intraday händler vielleicht noch ein bisschen spaß im dow jones der uns hier vielleicht noch mal ein zwischenschort ermöglicht im heutigen oder morgigen handel und anschließend dann nach diesem schub entweder hier irgendwie eine umkehr spendiert oder aber hier über dem a b c über diesen punkt ein einstieg bietet um anschließend dann hier rein zu kommen also der dow jones ist aktuell der bullischste aus meiner sicht bitte nicht falsch interpretieren dass es zwangsweise jetzt kilometer nach oben geht erinnert euch das hatten wir hier als varianten im moment würde ich sagen die a ist es eher nicht und ob es b oder c wird das wird hier entschieden das kann jetzt kein mensch vorher sagen hängt davon ab was die nachrichten welche themen dann sind wie die zahlen dann sind das können wir jetzt ja noch nicht wissen das wird hier entschieden ob die marktteilnehmer sagen oder bleiben doch gerade auf der bullischen seite oder ob sie sagen dankeschön jetzt geht es gerade wieder runter ich halte b aber nach wie vor für sehr realistisch aber nicht für sofort zwingend also es wäre auch das c also nochmal einmal höher und später vielleicht erst runter halte ich für ebenfalls gangbar aber wie gesagt das wird dann hier irgendwo für 34.000 34.500 entschieden so bullisches bild beim dow jones gucken uns zum abschluss noch den dax an ob der auch so schön aussieht und ich muss sagen den dax den finde ich im moment grotten hässlich wir haben hier immer noch diese umkehrsituation die noch nicht gänzlich rausgenommen ist solange wenn ich das tief hier vom 23 oktober durchstoßen haben also so lange geht noch die long seite ich muss allerdings ehrlich sagen dass das was wir hier sehen der scharfe schub runter und dann diese wackelei nach oben mir nicht so viel mut macht eigentlich wäre das hier eher sogar die short seite wenn wir diese zwischentiefs nochmal irgendwie triggern wo auch immer das ist aber das finde ich nicht gut genug als ein einstieg denn wir sind schon hier ein ganzes stück hier runter gelaufen also insofern ich weiß es nicht da halte ich mich noch mal ein bisschen zurück beim dax das gefällt mir noch nicht gut genug um hier irgendwie was festzulegen also da gefällt mir im moment am besten die anderen finde ich mega spannend aber noch nicht aussagekräftig euch jetzt erstmal bei euren entscheidungen alles gute und ganz liebe grüße das 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 Vielen Dank.